Der neue Mobilfunkstandard 5G könnte alle und nicht nur diejenigen, die es nutzen, krank machen. Denn die Technologie wird Menschen sehr nahe kommen, um schneller mehr Daten an noch mehr Endgeräte zu verteilen. Doch die Wissenschaft ist sich nicht einig darüber, was 5G mit unserer Gesundheit macht. Zwei Studien haben unabhängig voneinander beunruhigende Ergebnisse. Und in den USA wurden sogar 200 Studien analysiert. Ticks um Science & Fiction. Hier gibt's täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich Willkommen. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Technology Review entstanden, dem Technologie-Magazin des MIT, dem Massachusetts Institute for Technology. Und am Ende gibt es ein Exemplar für euch umsonst. Also 5G macht es möglich. Einen Film bis zu 600 mal schneller laden als mit dem besten DSL-Anschluss. Autos, die in Echtzeit kommunizieren. Ferngesteuerte Operationen und Kühlschränke, die für uns mitdenken. Die Datenraten bei 5G liegen bis zu 100 mal höher als beim aktuellen LTE-Standard. Und der ist schon ziemlich schnell. Zudem soll es uns eine Reaktionsgeschwindigkeit von nicht einmal mehr einer Millisekunde ermöglichen. Und auch die Zahl der verbundenen Geräte soll sich gleich verhundertfachen. Doch welche Risiken gehen wir durch die elektromagnetische Strahlung unserer Handys und den dazugehörigen Funkmasten ein? Macht 5G uns alle krank? Fest steht, dass 5G sehr nah an uns Menschen heranrücken wird. Denn die Reichweite ist gering. Und deshalb müssen die Funkmasten näher an die Menschen gebracht werden. Denn selbst einfache Wände aus Beton können die Mobilfunkwellen sonst nicht durchdringen. Es sind viele Antennen nötig. Und es entsteht ein Netz mit einer Dichte, die es so bislang noch nie gab. Kann 5G also möglicherweise Krebs auslösen und schadet es den männlichen Samen? Fest steht, wenn Mobilfunkstrahlen auf Gewebe treffen, wird ihre Energie absorbiert und das Gewebe erwärmt sich. Manche Fachleute vermuten, dass durch diese Erwärmung Moleküle brechen und so Krebs entstehen könnte. Darauf gibt es noch keine eindeutigen Hinweise. Dennoch sollen die sogenannten Saar-Grenzwerte dafür sorgen, dass sich die menschliche Körpertemperatur durch die Bestrahlung nicht mehr als einen Grad erhöht. Und das ist ja dann schon eine Menge. Denn unumstritten ist, dass unser Herz-Kreislauf-System durch eine dauerhaft erhöhte Körpertemperatur leidet. Trotz intensiver Forschung kennt man noch nicht die detaillierten Vorgänge in Zellen, die ablaufen, wenn Mobilfunkwellen auf diese treffen. Höchstwahrscheinlich könnte dies aber zu einer indirekten, erbgutverändernden Wirkung führen. Die Folgen davon könnte Krebs sein. Noch ist das alles Spekulation. Doch inzwischen gibt es Studien. Vor allem zwei Studien werden von den 5G-Kritikern und Kritikerinnen genannt. Beide wurden 2018 veröffentlicht, aber bereits vor 15 Jahren, also 2005 gestartet. Unter anderem im Auftrag der US-Gesundheitsbehörde FDA. Beide Studien hatten untersucht, wie sich ein Netz von Mobilfunkstrahlen auf Ratten und Mäuse auswirkt. In dem amerikanischen Experiment handelt es sich um die Strahlungsdosis, die auch ein Handy in den USA während des Telefonierens abgibt. In der anderen Studie aus Italien war es eine deutlich geringere Dauerbestrahlung. Die Tiere waren dem Feld schon im Mutterleib ausgesetzt. Die Ergebnisse der beiden Untersuchungen stimmten quasi überein. Und das, obwohl sie komplett unabhängig voneinander durchgeführt worden waren. Und das zeigt, dass ihre Ergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit eben belastbar und verlässlich sind. Die Tiere hatten nach einer Zeit, die 55 menschlichen Lebensjahren entspricht, Hirntumore entwickelt. Und zwar nicht irgendwelche, sondern äußerst ungewöhnliche Hirntumore. Zudem bekamen die Nagetiere Geschwulster an den Herznerven sehr seltene Schwannomen. Dazu die Pathologin Fiorella Bell-Poggi, die an der italienischen Studie beteiligt war. Als ich diese Daten sah, wusste ich sofort, wir haben hier ein echtes Problem. Eine bestimmte Häufung in einer Studie kann immer Zufall sein, aber wenn sich seltene Tumore in zwei unabhängig laufenden Studien häufen, dann ist das nicht mehr mit Zufall zu erklären. Denn beide Tumor-Erkrankungen hängen biologisch gesehen zusammen, sie betreffen das Bindegewebe, das die Nervenzellen voneinander isoliert. Die italienische Wissenschaftlerin appelliert jetzt an die Politik in Sachen 5G umzudenken und vorsichtig zu sein. Zudem hat sie in Italien eine Petition gegen den 5G-Ausbau gestartet. Auch andere Forschende haben Bedenken, rund 300 Fachleute haben eine Petition an die EU geschrieben und wollen somit den Ausbau verhindern. Doch auf der anderen Seite ist auch klar, dass sich die beiden Tierlaborversuche nicht eins zu eins auf Menschen übertragen lassen. Denn die Wellenlängen des 5G-Netzes sind deutlich kürzer als die des damals üblichen E-Netzes, das auch schon dichter an den Menschen rücken musste als die D-Netze. Strahlenfachleute sind der Ansicht, dass das von Vorteil ist. Denn je kürzer die Wellen sind, umso leichter lassen sie sich ablenken. Zudem ist auch ihre Eindringtiefe geringer. Zudem sind Menschen bedingt durch ihren Wasseranteil leitend und die verwendeten elektromagnetischen Strahlen lassen sich leicht von leitenden Materialen ablenken. Außerdem sind die Körpergrößen und auch vor allem die Volumen von Menschen und Ratten enorm verschieden. Und auch deswegen lassen sich die Experimente nicht ganz so einfach von Tier auf Mensch übertragen. Die Mobilfunkwellen dringen nur einige Zentimeter in das Gewebe ein. Und so können sie, zumindest bei Erwachsenen, das Herz überhaupt nicht erreichen. Aber aufgepasst! Denn die menschliche Großhirnrinde beispielsweise liegt nur einige wenige Zentimeter tief und könnte somit also von den Mobilfunkwellen erreicht werden. Und tatsächlich, das deutsche Krebsregister sieht eine leichte Zunahme bei den Hirntumoren. Bislang schiebt man das jedoch auf eine verbesserte Diagnostik. Das Bundesamt für Strahlenschutz jedenfalls geht nicht davon aus, dass 5G gesundheitlichen Schaden verursacht, denn bestätigte Anhaltspunkte auf mögliche Effekte fehlen. Dennoch können die Radiowellen die menschliche DNA nicht unmittelbar schädigen. Auch eine indirekte Schädigung beispielsweise durch freie Radikale konnte bislang nicht bewiesen werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch keine Beweise dafür, dass Mobilfunkstrahlen völlig und schädlich sind, das sagt auch das Bundesamt für Strahlenschutz, das in Sachen 5G bislang nur die Aufgabe hat, aktuelle Studien zu bewerten. Eigene Forschungen des neu gegründeten Kompetenzzentrums Elektromagnetische Felder sollen sich vor allem auf magnetische Felder beim Ausbau des Stromnetzes konzentrieren. Die Ergebnisse der italienischen Analyse schiebt das BFS auf eine zu hohe Exposition der Ratten. Also sie sind zu stark belastet worden. Demnach würden sich Menschen in einem normalen Handynetz niemals so stark erwärmen, da sie ja deutlich größer sein. Aber das hatten wir ja schon. Die Tumore, die sich bei den Tieren entwickelt hatten, könnten demnach auch eine direkte Folge der Temperaturerhöhung sein. Zudem sei die italienische Untersuchung auch nicht abgeschlossen, denn bislang wurden nur die Herzen und Gehirne der Tiere analysiert. Schlüssig ist diese Argumentation also nicht ganz, denn schließlich gibt es auch keine Studien darüber, dass es in Wärme- und Klimazonen zu höheren Krebsraten kommt. Warum also sollte es wahrscheinlich sein, dass die Tumore durch die krebsauslösende Wirkung von Wärme entstanden sind, als durch die Strahlenwirkung selbst. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde dagegen hat 125 Tierversuche und 75 Menschenversuche überprüft. Demnach gäbe es, Zitat, kein einheitliches Muster, um hochfrequente Strahlung mit Tumoren oder Krebs in Verbindung zu bringen. Dennoch gibt es auch von dieser Seite aus den dringenden Appell, diesem möglicherweise heiklem Thema in weiteren Studien nachzugehen. Und jetzt gibt es ein Geschenk für euch. In Zusammenarbeit mit der Redaktion von Technology Review ist dieses Video entstanden und exklusiv für Klicksum-Zuschauende gibt es jetzt eine Ausgabe gratis. Klickt dafür einfach auf diesen Link hier oder unten in der Videobeschreibung. Also auch falls das nicht funktioniert. Es lohnt sich. Technology Review ist mega interessant. Und hier geht es zu einem weiteren Video, das wir mit der Redaktion zusammen gemacht haben. Ewiges Leben möglich. Klickt drauf, wenn es euch interessiert, abonniert uns und ansonsten bleibt dran.